Das macht aber nichts aus, dass ich Putter trage, da wo wir hinfahren, oder? Oh, Alter, kaum Schmerzen des Todes, was ist los? An sich nein, aber Bandana wäre dann später gleich ganz geil, wenn wir das ausziehen. Ich ziehe das auch aus. Dann gleich. Oh Gott, mein Mann ist grün. Das ist richtig. Und mein Mann ist leise. Was? Du hast gerade auch leise. Nee, ist noch nicht. Ja, jetzt geht es wieder. Ja, jetzt genau. Ich fahre gerade zum Tuneer direkt von der Medi verfolgt, Alter. Ja, habe ich gesehen, der buzzert. Ich habe nur stehen geblieben, wollte schon aussteigen, habe den dabei erst mal angeguckt. So, von wegen, komm mal runter. Können die eigentlich, ah, Heli, komm mal runter, ahaha. Können die ja nicht auch schießen, die Helis? Die Helis selbst nicht, aber die Leute aus den Helis vielleicht, ja. Ja, können sich auch auf den Seiten, auf die Seiten setzen. Ey, unsere Graffitis, ne? Hast du die Graffitis gesehen? An dem Pedika? Ne. Jungen, wir haben, oben an dem Turm, ganz oben an diesem Turm, weißt du? Da haben wir Graffitis dran gemacht, mit Helikopter. Ich glaube ganz, ich bezweifle ganz stark, dass die das so weggemacht haben. Ich glaube, da war das Höheres im Spiel. Und auch am Meeting Point, ganz oben dran, war der Fitti, wo du so nicht drankommen konntest. Das hat uns ein Heli gehostet, der dann auf einmal da brennend hinter uns stand, auf dem Foto. Oh, stimmt, die neue Crips hat. Ja, die ist jetzt hier. Jetzt meckern sie auf jeden Fall nicht mehr so rum, dass man durch deren Straße fährt. Wahrscheinlich fährt die eine, aber da fährt eh nie einer durch. Ich bin da einmal durchgefahren und wurde von mir wie ein Eis angehalten. Am zweiten Tag. Oh, Banana. Und zwar, wir sind ja zu viert quasi eingereist. Wir haben einen verloren. Oh. Der ist... Nein, nein, nein. Jason. Der wurde gestern tot aufgefunden. Komplett tot. Nicht mehr wiederbelebbar. Wir wissen noch nicht, was es war. Aber... Die Tage werden wir es rausfinden und es wird auch eine Beerdigung geben. Auf die Alex, Jax und die ganzen Devils. Afrin und die ganzen Vendettas. Und Vivian und die ganzen Crips eingeladen hat. Selbst Snake hat er versucht einzuladen. Aber Snake wollte nicht. Kleinen Respekt. Auch, ich meine... Wenn wir jetzt aktuell relativ gegen die... Krieg führen. Also, noch nicht offiziell, aber wir machen schon mal den Anfang, sag ich mal. Nichtsdestotrotz wäre das meiner Meinung nach etwas angebrachter gewesen. Hätte er gesagt, ja, wir kommen. Ja, gut. Wenn man nichts damit zu tun hat oder mit denen. Ja, ich meine... Nichtsdestotrotz, es ist... Naja, egal. Naja. Muss ich dazu zu zweit... Snacks zumindest nicht sagen. Auf jeden Fall wollte ich euch auch... Euch beide speziell persönlich nochmal dazu einladen. Jo. Wann ist sie? Das wissen wir noch nicht. Wir müssen erst auf den Bericht warten von der Autopsie. Ja, gut. Und ich wollte das an einem etwas neutraleren Ort machen. Ja. Sehr neutral hier. Und euch schon mal hier hinführen. Ja. Damit ihr wisst, wo das dann ist. Ja. Ja, das war es eigentlich schon. Oje. Mhm. Der... Ist leider vorwärts gegangen. Was ist mit dir? Lack, wer bist du?